Musik Kiki, was haben wir bloß heute? Was haben wir uns dabei gedacht? Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Benni. So, ein weiterer Dinosaurier. Und ein weiteres Werbespiel von Bifi. Wir haben natürlich hier passend dazu, ne, hier XXL. Eine Bifi-Roll. Nicht, dass wir hier gesponsert werden, das, äh, nein, überhaupt nicht. Nein, das haben wir selber kaufen müssen. Alles. Alles. Ich glaube, das Spiel gab es aber umsonst irgendwo, ne. Ich wäre sonst viel zu traurig. Wer soll dafür bezahlen, ne. So, das ist immer wieder mal gucken, ne, da irgendein Praktikant hat man an eine Ecke gestellt und gesagt, ach. Mach mal aus diesem Pixelhaufen ein Spiel. Was Flottes. Was. Mit Pep. Was fetzt mit Pep. Aber nicht zu pikant. Genau. Und dann haben wir das hier gebaut. Ja. Man hat auch keine Sprecher. Die müssen wir jetzt sein. Ja. Und das, achso. Und dann haben wir jetzt eine neue Mechanik, wie wir das spielen werden. Also, da das Spiel sehr crazy ist und voller Box und sowas. Ich habe die Lösung hier auf meinem Tablet. Und Kiki darf pro Folge mich zweimal was fragen. Er ist mein Joker. Ich lese das nach. Ja. Aber ich hoffe, dieses Spiel ist einigermaßen selbsterklärend. Wir fangen einfach mal an. Die Stimme ölen. Weil wir müssen sehr viel lesen wahrscheinlich, was die Leute so sagen. Äh, blablabla. Ja, ich denke, die Einstellungen sind okay zum Spiel, bitte. Oh, und jetzt sag du mal, was du in den Ferien getrieben hast, Lukas. Genau. Erzähl mal. Ich habe gejobbt. Ach ja, richtig. Deine Atmut kotzt mich an. Davon hattest du ja schon vor den Ferien gesprochen. War's gut? Mhm. Ich fange mal am besten ganz von vorne an, ja? Dann lass mal hören. Also, ich bekam diesen Job beim Rapido-Transport. Du meinst den Fahrradschnell-Service in der Stadt? Boah, die ist aber so ein... Genau. Vollzäckig, richtig. Was ist das denn? Ganz einfach, Mansplaining. Man setzt sich aufs Fahrrad und fährt den ganzen Tag Eilsendungen in der Stadt herum. Ich will jetzt schon nicht mehr. Meistens kommst du mit einer Menge interessanter Leute zusammen. Also, beispielsweise Agenturen und Reisebüros. Voll spannend. Modecenter und Großbetriebe. Und natürlich die Filmstudios. Was? Ehrlich? Klar doch, Schätzelein. Ich bring dich groß raus. Und genau dort ist mir was total Irres passiert. Da bin ich ja mal gespannt. Also, alles hat mit dieser Eilsendung von Beefy angefangen. Scheiße. Die Mini-Salami. Die Beefy-Roll. Die Pepperami. Genau. Die war nämlich gerade dabei, einen Werbespot für das Fernsehen abzudrehen. Dann gab es eine Änderung im Drehbuch und das musste dringend in das Studio. Sag bloß, das hast du dann gemacht. Boah. Sonst würde ich es ja nicht wissen, oder? Wow. Wow. Stimmt. Okay. Ich sauste also mit meinem Drahtesel los und kam bald darauf bei den Studios an. Entschuldigung, das Mikrofon ist ein bisschen weiter weg, weil ich so enthusiastisch bin. Guten Tag, junge Frau. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, junger Mann. Ach nee, junge Frau hat er tatsächlich gesagt. Äh, junge Frau. Oh, entschuldige. Ich kann nur vor lauter... Uah. Müdigkeit. Ach so, das war ein Gen. Nicht mehr so richtig sehen. Das wechselt auch plötzlich die Farbe. Genau. Äh, ich... Ich bin vom Kurierdienst. Ich bin vom Kurierdienst. Sehen wir mal ehrlich. Ah, ich erinnere mich. Uah. Wieso ist das Uah, Pink? Du sollst das Drehbuch für den Bifi-Werbespot zum Direktor bringen. Ja, ich weiß auch nicht, warum das pink ist. Ganz genau. Hier, dein Infrarot-Clip. Infra-was? Infra-Rot-Clip. Damit werden die Türen automatisch geöffnet, wenn du in ihre Nähe kommst. Und wir sind hier nämlich ziemlich modern eingerichtet, weißt du. Boah, Leute, ich gehe kaputt, ne? Warum gähnen sie eigentlich immer? Naja, gestern haben wir ein bisschen gefeiert. Ha. Ha. Und ich und die Jungs vom Club. Die Jungs. Sie und die Jungs vom Club? Vom Club der Wild Boys. Wir alle mit unseren Bräuten. Ich hatte meine Emmy hinten auf meiner Harley dabei. Und oh Junge, könnte ich nur noch einmal 70 sein. Was? Und dann war es wohl nach 10... Was haben sie denn gefeiert? Unser 40-jähriges Jubiläum. Wir sind immer noch der heißeste Club in der Stadt. Leute, wisst ihr, was für eine Art Club das ist? Ha, ha, ja. Mhm. Und dann war es wohl nach 10, was? Nach 10? Nun mach mal keine Witze, Junge. Ab Mitternacht fängt die Fete, die Fete doch erst richtig an. Die Fete. Aber... Ich hätte fast vergessen, dass ihr jungen Leute alle Schlaffis seid. Kein Mumm mehr in den Knochen. So hat man damals gesprochen. Dann werde ich mal weitergehen. Ja, ich habe auch genug. Ja, tu das mal. So, dann sitzt hier so ein kleiner Junge. Mit einem Jojo. Ich betrachte das Kind. Auch bei genauester, sorgfältiger Betrachtung kann ich nichts sehen. Doch ein Kind sehe ich. Man kann es bestimmt ansprechen. Ja, es ist immer schwierig, kleine Jungs anzusprechen. Einen hübschen Ball hast du da, Junge. So creepy, wie es kann. Nicht wahr? Wirklich hübsch. Willst du tauschen? Ah, wir brauchen was zum Tauschen. Tauschen? Ich bin ganz wild auf Tauschgeschäfte. Aha. So. Ja. Den Ball habe ich mit Peter gegen ein Bonbon getauscht. So, so. Das Bonbon hatte ich vorher mit Inge gegen ein Poster getauscht. Ja, so waren die Namen auch damals. Aha. Das Poster. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ulla hatte diesen Lastwagen, den sie ihrem Bruder getauscht hatte. Ja, ja. Oh, du kennst Ulla? Nein. Aber ihren Bruder. Toll. Hä? Na ja. Eigentlich kennt den ja jeder. Wo war ich denn stehen geblieben? Ist nicht so wichtig, mein Junge. Ich habe noch viel zu tun. Ach du Scheiße. Da hat mir noch viel zu tun. Unsere kostbare Lebenszeit habt ihr immer. Ihr, ihr Erwachsenen, ihr nehmt euch auch niemals Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in eurem Leben. Jetzt werden wir noch philosophisch hier. Wer hat das geschrieben? Als da wären, ähm, gute Tauschgeschäfte. Äh, vielleicht hast du da ja recht, mein Junge. Ich werde mein Leben nochmal überdenken. Das ist ein Jojo, was er hat. Ja, keine Ahnung. Leute, ich finde das Spiel super. Ich gucke schon mal, wie lange das. Ja, guck mal. Fühlt sich jetzt schon. Oh, das ist unser Infrarot-Clip. Und hier geht es zu den Studios. Dann gehen wir doch mal. Weil mit dem Infrarot-Clip können wir ja scheinbar überall rein. So. Ja, wo ist denn eigentlich unsere Ware, die wir... Ach, das Drehbuch. Ja, das müssen wir ausliefern. Okay. Ah, wir müssen vielleicht... Wir gehen mal zum Vorzimmer, glaube ich. Okay, ich informiere. Kiki hat eine Seile schon gelöst. Cool. Wahrscheinlich wird mein Infrarot-Clip irgendwie geortet. Ach so. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Den braucht man gar nicht benutzen. Also wir sind jetzt im Vorzimmer. Uh, kann ich Ihnen helfen? Glaube ich nicht. Haben Sie sich wehgetan? Warum ächzen Sie? Was? Haben Sie sich wehgetan? Nein. Hab nur Chan weh. Geht aber hoffentlich bald wieder vorbei. Das tut mir aber leid. Ich hätte übrigens gerne Herrn Direktor Schlöhnstadt gesprochen. Ist dringend. Worum geht's denn? Um das Skript für den neuen Bifi-Werbespot. Das geht nicht. Wieso? Weshalb? Wieso? Weil er nicht da ist. Sie können das Skript da aber auch mir übergeben. Ach so. Autsch. Nicht ach so. Ich darf das Skript nur persönlich überbringen. Okay. Ich muss einen Wecker ausschalten. Ich lese dann so lange weiter. Ich darf das nur persönlich überbringen, das Skript. Dann müssen Sie warten. Na toll. Wollen Sie nicht mal zum Zahnarzt gehen? Wie wär's? Nein! Was? Das geht schon vorbei. Ach. Wann kommt er denn wieder? Ich weiß es nicht. Dann warte ich eben so lange, bis er kommt. Na super. Das kann ja dauern. So lange können wir uns hier mal zu... Vielleicht später. Ach so. Ja, sie guckt uns über die Schulter. Schere. Ich nehme schon mal die Nymph-Funktion. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit dieser Schere machen soll. Einsammeln? Ja gut. Ja gut. Damals, das Inventar war noch nicht so groß. Wahrscheinlich kann man nicht einfach beliebig alles mitnehmen. Betrachten. Wir betrachten mal das Regal. Was haben wir denn hier? Voller Bücher und Geschäftsunterlagen. Voll interessant. Äh, Fenster. Gucken wir aus dem Fenster. Schöne Aussichten. Herrlich. So, was ist hier? Vielleicht später. Ach so. Vielleicht öffnen wir mal hier die Schubladen. Vielleicht später. Na gut. Okay. Gehe durch die Tür zum Büro. Aber wahrscheinlich dürfen wir da... Ne. Dürfen wir nicht. Dann gehen wir nochmal zum Flur. So. Die hat also Zahnschmerzen. Dann müssen wir bestimmt irgendwas auch klären. Ah, zur VIP-Lounge. Wir sind VIP, oder? Ja. Definitiv. Also der Direktor ist nicht da. Wir müssen das... Oh, die Tür geht nicht auf. Sieht aus, als käme ich hier nicht so einfach hinein. Oh. Das ist aber schade. Ja gut, dann gehe ich in den Aufzug. Hö. Oh Gott. Zu viele Optionen. Erster Stock. Zur Technikabteilung. Die Tür geht nicht auf. Anscheinend kann ich mit meinem Clip nicht in jeden Raum hinein. Ja, auch schon gemerkt. So, Requisite. Ja, warum nicht? Die Tür geht nicht auf. Yay. Okay, zum Glück kann man das... Oh, die Denkfabrik. Die, 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 die. Maja, die Musik macht auch wieder sämtliche Hunde verrückt. Oh. Oh, Menschen. Äh, Pinnwand. Die Pinnwand hängt voller Nachrichten. Okay, Autor. Wir betrachten ihn. Er scheint ziemlich beschäftigt zu sein, aber wir sprechen ihn trotzdem an. Hahaha. So, der Mann sieht nicht so aus, als hätte er Lust auf irgendwelche Gespräche. Hm. Ja, dann nicht. Hat wahrscheinlich sehr viel Arbeit zu erledigen. Ja, sieht ganz so aus. Ja, ja. Ja, ja. Die wichtigen Dialoge schreiben und so. So, nächster Autor. Ich weiß mal hier von der... ...bisschen ab. Ja, er hat auch keine Lust auf Gespräche. Hm. Hm. Autor Nummer drei. Hm. Wo sind denn hier die Requisiten? Hier sind doch gar keine. Ist das der Requisit im Raum? Hm. Standard zumindest. Vielleicht ist der Raum ein Requisit. Hm. So ein Platzhalter. Das könnte natürlich sein. Ne? Zur Requisite steht da. Ne, aber du kannst nicht rein. Ach, ne. Requisite konnte ich nicht rein. Das ist die Denkfabrik. Ah, verstehe. Ja. Mein Fehler. Das war mitdenken. Ne, hab ich nicht gemacht. So. Nummer zwei. Oh. Special Effects. Ja, Special Effects. Die Tür geht nicht auf. Kann ich nicht. Zur Maske. Geht nicht. Geht nicht. Tonstudio. Haben die diese Musik verbrochen? Ja. Aha, oh. Elektronik. Aufnahmegeräte. Tolles Zeug. Wahrscheinlich unerschwinglich, ja. Kabine. Eine spezielle Aufnahmekabine. Wow. Vielleicht für die Synchronisation. Hm. Tape Deck. Könnte auch ein Dart-Gerät sein. Wie auch immer. Voll spannend. Na, ich geh mal wieder raus. Wir haben noch nicht alle Stockwerke durch. Ja, es sind noch zehn Stück. Ja, ja. Ding, ding. Ah, voll spannend. Oh, hier gibt es nur eine Tür. Wie praktisch. Zu einem Drehort. Oh, ja. Schön, schön. Oh, Star Trek. Probieren wir es eben nochmal. Von ganz vorne? Na klar. Nein, nein. Von der Mitte. Von Satz. Kamera ab. Oha. Käpt'n. Ja. Wir haben da etwas auf dem Bildschirm. Schau, schau. Okay. Wir können uns das... Ich will jetzt lieber nicht stören. Okay. Na gut, dann gehst du halt wieder. Oder was ist das hier? Zum Nebenraum. Ah. Was gibt es im Nebenraum? Also los, Leute. Je schneller wir mit dieser Szene am Ende sind, desto besser. Ach was. Ach was. Also seid ihr fertig. Ton ist bereit. Bin soweit. Kamera ist bereit. Auf mein Kommando fährst du das Band mit dem Käpt'n ab. Ist klar. Denkt dran, ihr seid mitten im Gefecht. Also schön hektisch und mit viel Gefühl. Wird gemacht. Toll. Dann werde ich ganz leise sein. Haha. Action. Mr. Scotch. Wir brauchen noch mehr Energie auf die Schilde. Käpt'n. Ich kann nicht mehr geben. Und wer soll uns dann vor den Romuladen schützen? Ich verstehe es, Käpt'n. Ich kann nichts machen. Zischpeng. Ich habe meinen Volltreffer auf die Brücke abbekommen. Verletzte? Nicht direkt. Hey, 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 hey. Nicht direkt. Okura ist gestolpert und gegen Sprotz gepurzelt. Sprotz hat dann den Halt verloren und sie sind zum Treppchen runtergerollt. Äh, die beiden Dummbatze. Und ich langweile mich mal wieder zu Tode. Spratzel. Schnell! Scotch, schalten Sie sofort die äußeren Schnüffelsensoren ab. Scotch. Ja. Schlimm? Diese Romuladen setzen das verdammte Kloaken-Device mal wieder ein. Riechsensoren sind aus. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Äh, bringen Sie mir doch bitte eine Tasse Tee, zwei Zuckerküchlein. Ähm, vielleicht noch ein Keks für Mr. Sprotz und eine Limo für Zecke. Käpt'n? Ja, Mr. Scotch. Ich meinte eigentlich die wichtigen Sachen. Hm, Sie haben recht, Mr. Scotch. Streichen Sie den Krempel für Sprotz und Zecke und bringen Sie mir nur die Zuckerküchlein. Ha, 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 was für ein Witz. Ei, ei, Sir. Cut! Aus! Wunderbar, Leute. Scotch, du warst toll. Danke sehr. Na, alles abgefilmt? Kamera war spitze. Toll. Wie war der Ton? Einwandfrei. Allerdings, die Spule ist ein kleines bisschen... Naja, muss nicht unbedingt was Schlimmes heißen. Hallo, Junge? Ja? Achso. Hat's dir gefallen? Wö? Ja, sehr. Würdest du uns einen kleinen Gefallen tun? Hm, na klar. Dann gib doch bitte die Tonspule dieser Folge im Studio ab. Hier ist die Spule und sei bitte ganz vorsichtig damit. Ah ja, mach ich doch gern. Vielen Dank, Junge. Okay. Ja, im Tonstudium nehme ich an. Huch! Und dann stand ich mit dieser Spule da. Boah, voll crazy. Raumschiff Enterhaken. Hä? Traumhaft. Was ist denn da denn so traumhaft? Hä? Meine Idole. So ein Glück wollte ich auch mal haben. Ich fahr total auf Science Fiction ab. Männer. Und was ist mit deinem Beverly Holz 0815? Oh mein Gott. Oh, das kann man doch gar nicht miteinander vergleichen, finde ich. Ja, das waren die Serien von damals. So, so. Ätsch. Hä? Nickt euch gefälligst nachher, ihr beiden. Aha. Ich will wissen, wie es dann weiterging. Voll die spannende Geschichte. Ich begleitete die Leute nach draußen auf den Flur. Boah. Die hatten es alle ziemlich eilig, Feierabend zu machen. Kann ich verstehen. So? Nun ja. Auf jeden Fall überleg dich, was ich tun sollte. Ja. Voll spannend macht ihr das. Mega spannend. Also, du sollst die Spule abgeben. Ja. Voll aufregend. War das im Zweiten, ne? Ja. Aha, da ist er. Ist das für dich? Die Tonspule. Ach so. Sieht ein wenig angekratzt aus. Uh. Ähm. Ja. 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 Jetzt muss ich das hier nur noch... Ach, ich rede einfach jetzt mit dem. Vielleicht nimmt er sich die ja einfach selbst. Guten Tag. Hallo. Was gibt's denn? Äh. Ist dies das Turnstudio? Ja, da bist du hier richtig. Hier ist die Welt des Wohlklanges. Äh. Sind Sie der Tonmeister? Genau, genau. Ich schalte und walte hier meines Amtes. Sind das viele Geräte. Mein ganzer Stolz. Mixer, Equalizer, FX-Prozessoren und alles in High-Files. Äh. Und was habe... Ich habe was für Sie. Für mich? Diese Tonspule hier. Danke. Wo kommt die denn her? Das ist die neue Folge von Raumschiff Enterhaken. Na, den wollen wir mal kurz reinhören. Aha. Rock, rock, rock. Keine Ahnung, Sprotz. Spul, Spul. Sternzeit. Rock, rock, rock. Käppen? Ja. Wir haben da etwas auf dem Bildschirm. Ach so. Ja. Ah, das müsste die Szene sein, die zur Zeit nachgedreht wird. Ach was. Echt? Genau, das ist sie. Ich habe gerade gesagt, schau, schau. Ein... Ras, ras, ras. Was? Gnosis, was? Omelette. Ah ja. Jetzt versteht man nicht mehr so richtig viel. Die Tonspule muss wohl irgendwie defekt sein. Sorry. Wie soll ich die denn in Ordnung kommen? Es sei denn... Sag mal, wenn du vorhin am Set warst, hast du die Probe doch bestimmt gesehen. Weiß nicht. Na ja. Na ja. Wenn du die Dialoge mit mir rekonstruieren könntest. Ich habe alle Stimmen in einer Datenbank und dann könnte ich die Tonspule... Ja, ja. Ja, ja. Das muss klappen. Geh auf jeden Fall... Geht auf jeden Fall schneller, als nochmal neu aufzunehmen. What? Ja, schneller auf jeden Fall. Aber nicht gut. Hilfst du mir? Na klar doch. Mach ich gerne. Nett von dir. Dann wollen wir mal. Gnosses Omelette. Äh... Was könnte das sein? Großes... Äh... Rotes Omelett. Ich sag mal großes Objekt. Großes Objekt. Kritzel, Kritzel. Gut. Weiter. Rock, rock, rock. Wolle, knäulingurs. Hm. Was heißt das denn? Voller Knollenblume, voller Kollisionskurve, vollem Kollisionskurs. Hm. Kritzel, Kritzel. Gut. Weiter. Voll gut. Snaken sie da Fremde. Was könnte das heißen? Tja, hast du eine Ahnung? Hm. Haben sie die Hemden? Sagen sie den Fremden? Jagen sie die Fremen? Ach, ich sag mal das hier. Es gibt am meisten Sinn. Sagen sie den Fremden. Kritzel, Kritzel. Gut. Weiter. Eiferbrätierkema. Hm. Was könnte das sein? Eifer ehrt jemand? Mein Gerätle geht ja. Mein Käpt'n kann doch. Nein, nein, nein. Eifer ehrt jemand? Was? Ich glaube... Vielleicht das mit... Aber hier steht Geräte, wenn überhaupt. Ja, mein Gerätle geht ja. Okay. Gut, weiter. Okay. Boahne-Georgen-Reis. Was soll denn das? Ohne Kloaken-Device. Ah. Ja, das haben wir gehört. Kritzel, Kritzel. Gut, weiter. Wie lange noch? Um uns zu irritieren? Er scheint unlogisch. Käpt'n, schauen sie. Ah. 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 Brav. Scheint so, als wäre der Rest in Ordnung. Und du bist dir sicher, dass du die Dinge alle richtig verstanden hast? Nee. Ah. Nee. Ja. Hundertprozentig. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Hm. Hm. Sag mal. Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ui. Oho. Aber klar doch. Ich hab da noch einen kleinen Zettel für die technische Abteilung. Okay. Würdest du wohl so nett sein, ihn dort kurz vorbeizubringen? Mhm. Ja, gerne. Vielen Dank. Technische Abteilung. Okay, da ist der Zettel. Geben wir mal weiter. Ich glaub, die technische Abteilung war... Ja, eine Etage tiefer. Muss rechts gewesen sein. Achso, da kann man ja gar nicht rein. So, die Tür geht nicht auf. Aha, super. Betrachte Nachricht. Da steht was drauf, was ich nicht lesen kann. Italienisch? Oder vielleicht... Das ist die Denkfabrik. Oder war das... Oder meint der... Ich fahr mal hoch. Oben waren wir noch nicht. Vier. Ja, es ist gut, dass hier die Türen immer weniger werden. Aha, noch ein Drehort. Was ist denn das? Hallo. Was wird denn hier gedreht? Eine Action-Szene für den neuen Film mit Sly Silvester. Ja, mei. Sieht ja mächtig gefährlich aus. Klar. Ist ja... Ist auch eine dramatische Szene mitten im Dschungel. Ansonsten scheint aber nicht viel los zu sein. Oder täusche ich mich? Naja. Sly ist nicht so ganz vom Abspann überzeugt. Sein Name wurde nur 14 Mal erwähnt. Nur 14 Mal, ja. Das kann ich verstehen. Sly will unbedingt noch unter Dialogregie genannt werden. Dabei gibt er nur ein paar Grunzer von sich. Sly hat mindestens 20 Mal verdient. Findet er auch. Und was hat Sly vor? Er schmollt mal wieder. Na und? Schließlich hat er doch einen Vertrag. Du weißt nicht, was es bedeutet, wenn Silvester schmollt. Es ist furchterregend. Kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schlägt er alles kurz und klein. Ha! Wenn's nur das wäre. Wie weit geht er denn? Sehr weit. Er hält die Luft an, bis er fast platzt. Stampft auf den Boden. Lässt seine Augen rollen. Sträubt seine Haare. Entsetzlich. Entsetzlich? Das Schlimmste hast du ja noch gar nicht gehört. Er... Wirklich? Furchterregend. Grausam. Bis die ganze Haut total aufgedunsen ist. Äh... Hm. War er denn mal beim Arzt? Natürlich. Die haben ja auch schon alles versucht. Selbst Buttersäure und Kampferwickel hindern ihn nicht daran, so lange an seinem Daumen zu saugen, bis er ganz schrumpelig und weiß geworden ist. Grässlich. Aber dann kann es ja noch Stunden dauern, bis ihr fertig seid. Leider. Und ich stehe mir hier die Beine in den Leib. Ja. Okay, dann gehen wir wieder. Okay. Fahren weiter. Hätte man alles in einer Tasche machen können. Eigentlich schon. Ah, hier gibt es zwei... Oh, die Kantine. Oh, yay. Das sieht total traurig aus. Ah, hallo, Herr Sp... Ach, ein Regisseur. Ah, der Steffen. Steffen Spülberg. Herr Steffen Spülberg. Ja. Okay, cool. Oh ja, natürlich Bifi. Der weltberühmte große Regisseur. Ich habe alle seine vielen Filme gesehen. Dann reden wir doch mal mit ihm. Entschuldigung? Ja? Sind Sie Stefan Spülberg? Stockgewurst. Ja, der bin ich. Nun, ich bin ein großer Fan Ihrer Filme. Könnte ich wohl ein Autogramm von Ihnen bekommen. Aber ja. Hier bitte. Vielen Dank. Oh, das war kurz. Herr Spülberg. Ähm, ja. Störe ich? Eigentlich ja. Dann versuche ich es später nochmal. Ist gut, mein Freund. So. Hallo, Oma Schröder. Guten Tag. Lukas? Oma Schröder? Na, das ist ja eine schöne Überraschung. Was machst du denn hier in den Studios? Ich muss etwas Wichtiges erledigen. So, so. Und darf Oma Schröder erfahren, was das für wichtige Dinge sind? Aber natürlich. Ich muss dir ein Drehbuch abgeben. Ein Drehbuch abgeben? Ja. Für direkt durch Schlönstadt. Aber was machst du hier in den Studios? Na, meine Rente ein bisschen aufbessern. Ich kenne den Pferdner und seine Frau schon seit einigen Jahren. Wir sind doch im gleichen Club. Aha. Na ja, ich werde da mal wieder weitergehen. Ja, ja, die Pflicht. Aber so einfach kommst du mir nicht davon. Hier hast du einen kandierten Apfel. Danke sehr. Ich mag kandierte Äpfel sehr gerne. Die mochtest du als Kind schon. Ich hatte dich mal einen Nachmittag bei mir, als deine Eltern fort waren. Erinnerst du dich noch an den Rummelplatz mit der großen Achterbahn? Ja. An dem Mittag hast du drei Äpfel gegessen. Tss. Kleiner Vielfraß. Na ja. Ich werde dir noch was Herzhaftes mit auf den Weg geben, damit du nicht nur dieses süße Zeug da nicht stopfst. Aber Oma Schröder. Nein, nein. Nicht zu bescheiden, mein Junge. Und lass mich dir eine Freude machen. Ich hab die ganzen Beefy Snacks hier. Lecker. Also, ich hab hier die Beefy Roll, Beefy Pepperami, Beefy Jumbo und die neue, ganz neue Karazza. Da fällt die Wahl schwer. Aber ich werde einen Beefy Roll nehmen. Hier, Lukas. Danke, Oma Schröder. Aber, aber. Und jetzt mach dich mal fix auf den Weg, damit du das Drehbuch pünktlich abgibst, ja? Ja, natürlich. Tschüss, Oma Schröder. Tschüss, mein Junge. Und grüß deine Eltern. Mach ich. Ich frage mich jetzt. Was machen wir mit dem Apfel? Hat das irgendwas mit Beefy zu tun? Nix, eigentlich. Und was für ein Club ist da Oma Schröder und Co.? Und bieten wir dem Jungen Süßigkeiten an. Das und vieles mehr. Erfahren wir vielleicht. In der nächsten Folge. childcare. eless HR Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. rege mich. Ich frage mich. Folge mal. Ich frage mich, okay?